Mindblowing Facts, präsentiert von Simon Stepplein und der IHK NRW. Eigentlich könnte der Fernsehturm auch Aussichtsturm heißen, weil er nur manchmal TV-Signale, aber immer eine gute Aussicht bietet. Apropos gute Aussichten. Unternehmen halten immer häufiger Ausschau nach Absolventen der höheren Berufsbildung. Du willst mehr über die höhere Berufsbildung nach der Ausbildung und über den Aufstieg in drei Ebenen wissen? Dann informiere dich jetzt bei deiner IHK.